106 Vor Bosparans Fall zerstörte eine Flutwelle das antike Elem. Es ist die landläufige Meinung, dass die Strafe der Götter den verderbten tulamidischen Sultanen galt. Es gibt jedoch lange vergessene Quellen, die anderes berichten. Der Stern von Selem war von Fex geschleudert und traf im Selemgrund das damals größte Unheiligtum Aventuriens, bezeichnet als Tempel von Krakon. Damit verbunden ist ein Name, der in vielen südlichen Legenden und Schauermärchen auftaucht, Vajat. Es ist zu vermuten, dass noch eine andere Legende damit in Zusammenhang steht. Jene vom Zauberkönig Morda und seinen schwarzen Schiffen. Daher komme ich zu dem Schluss. Im Selemgrund öffnete sich vor über tausend Jahren Charybterots Grotte. Eine Pforte des Grauens, so gewaltig, dass das Eingreifen der Götter notwendig war. Das Ausmaß ihrer Macht muss größer gewesen sein, als jene der heutigen Unheiligtümer bei Rulat, Lanka und Maraskhan zusammen. Es bleibt zu hoffen, werte Kollege, dass durch die Götter diese Gefahr dauerhaft gebannt wurde. Das Meer schmeckt salzig von den Tränen der Götter. Die Krieger haben keine Ehre mehr, keine Ehre mehr, krägul. Sie wetzen ihre Klingen am Krötenstein. Das Erz der Tiefe. Azzu-Lektur. Es leuchtet in schwarzem Licht und tanzt liebreizend mit Spielenbeiden zum Flötenspiel. Gregorotz. 26. Parallels. Später Nachmittag. Ihr habt das sagenumwogene Janka erreicht. Die Gassen sind eng und drogenschwanger. Die Bewohner korrumpiert und aggressiv. Kaum habt ihr die Stadt mit euren Trollsackern betreten, da wurdet ihr auch schon von einer der hiesigen Banden überfallen und mit Gift auf den Tod attackiert. Doch ihr konntet zurückschlagen und habt nur wenige Kämpfer verloren. Die Winkel der Stadt scheinen zu verschmieren. Die Realität ist zerbrochen und die Zeit verläuft nicht mehr konstant. So nah an den Niederhöhlen merkt ihr ein Ziehen in Richtung Meer hinaus, was euch zu ertränken versucht. Doch nun steht ihr am Marktplatz vor dem Blauen Palast und dem Raya-Tempel. Was wollt ihr tun? Ja, nun Visier, sichern oder nicht? Sichern. Drollsack, mitkommen. König. Ja, Rafin würde mal in den Tempel reintreten und sie mal umschauen. Ja, Rafin, du siehst vor dir Hufen, die mit Algen bewachsen sind und hinab in ein Wasserbecken führen, das eigentlich zur rituellen Reinigung gedacht wäre, aber es sieht wirklich nicht so aus, als würde man sich darin reinigen wollen. Also das Wasser ist grünlich verfärbt und ja, am Rand des Beckens kleben ganz viele Kerzen, die brennen und fast die einzige Lichtquelle in dem Ganzen sind. Und ansonsten ist der Tempel leer, aber man sieht, wie noch ein bisschen Licht durch kleine Glasfensterchen oben in der Kuppel auf eine lebensgroße weiße Pferdestatue fällt. Eine sich aufbäumende Stute, die da genau in der Mitte unter der Kuppel steht. Im Boden liegen ein paar schäbige Matten, nicht die üblichen bestickten Kissen, die man so in einem Tempel kennt. Sieht alles sehr heruntergekommen aus. Und Sulamin betrottert dann hinter dir den Tempel. Alles sicher? Ja, sieht leer aus. Trollsucker, sicher gehen, dass sich hier keiner versteckt. Werden bringt ihn mir lebend. Genau. Euer Tempel ist verfallen, würde ich sagen. Hier sollte einmal grundlich durchgewischt werden. Ja, also sauber sieht das nicht aus. Das ist ein guter Vorschlag, Abelmir. Wir treiben bestimmt für dich ein Besen auf. Oh, Abelmir, unser sauber Zauberer. Ich dachte mehr an die Trollsucker oder Bedienstete vielleicht. Sulamin schlägt dabei einen Bogen um das Becken. Also da ist nur ganz wenig Rand, weil es ist ja eigentlich so gedacht, dass man sich entkleidet und durch das Becken den Tempel betritt. Und bleibt kurz stehen, schaut ihren Stiefel an, weil der Boden klebt ganz eklig und es ist irgendwie schmierig. Aber wenn die Trollsucker dann den Tempel sichern, geht sie schnellen Schrittes durch die Halle. Absätze knallen auf dem Boden und geht auf diese Statue zu. Außen rum um diese Tempelhalle läuft ein Fresco, das wohl mal wirklich schön war. Also wenn ihr mit ihr mitkommt, könnt ihr erkennen, dass es eine aranische Orgie darstellt. Es ist auch an den meisten Stellen noch gut zu erkennen, aber an einigen Stellen auch abgeblättert. Und an einer Stelle, es sieht so aus, als hätte jemand dann einen Weinkelch dagegen geschleudert. Denn, ja, da ist alles mit roter Soße verschmiert. Und, ja, die Schönheit, das Raskus kommt nicht mehr wirklich zur Geltung. Ulamin steigt über eine von diesen eklig aussehenden Matten und geht dann langsamer auf die Statue zu, den Blick zur Kuppel erhoben. König, hier ist er. Der stärker Arm von Kyrgamosh Kornan wird in einen der großen Kissenberge getaucht und dann zieht er an einem Bein einen Ferkiner Krieger hervor, der dort wohl mit roten Augen drin lag, wird dann so ein bisschen rumgeschleift, protestiert da wohl auch auf Tudamidia, Urtudamidia und wird dann vor dir abgelegt. Baldi, Tafelnu, Huna! Na, Zulamin, komm mal her. Du bleibst da liegen. Haltet ihn fest, ich fasse mich gleich mit ihm. Versalben. Zulamin schaut die Statue an und entdeckt mit leichten Frösteln, dass die Statue zwar wunderschön ist und herrlich gearbeitet, aber der Kopf sieht irgendwie aus, als wäre er nicht ganz fertig geworden oder als wäre die Statue sehr lange im Freien gestanden und die Konturen von den Augen und Nüstern der Stute hätten sich irgendwie abgenutzt. Und sie umfasst dann mit den Händen die Fesselgelenke der Pferdestatue und ruft in die Hallen der Lehre hinein. Herrin! Bist du hier? Versucht dann irgendwie zu erspüren die Präsenz ihrer Göttin in diesem Tempel. Also sie schickt ihre Sinne aus, vielleicht mehr als die üblichen fünf und sucht den Kontakt zu Raja. Raja antwortet nicht. Da ist nichts, nur diese Lehre. Was tut ihr hier? Zulamin nimmt sich... Würdet ihr den Mann mal bitte jemand festhalten? Schalt ihn schon fest, König! Ja, vernünftig. Hör auf so rumzubrollen. Einen Moment. Visierer, der Mann will mit euch reden. Ja, nachdem Zulamins Versuch, ihre Göttin an diesem Ort zu finden, gescheitert ist, wendet sie sich dann auch diesem Typen zu, den die anderen da festgenommen haben. Und bricht ihn erst mal auf Ferkina an. Wer bist du? Er ist kurz perplex, dass du sie Sprache beherrschst, nickt dann aber grimmig. Wackschitun! Was tust du hier? Äh, warten. Auf wen? Auf den Herrn, Jarabin Harasami. Ist das dein Haran? Äh, Boss. Haran. Er nickt. Haran. Nun, mein Lieber. Ich bin die neue Visierer von Yanka. Ich bin die Auserwählte der Roten Rasha. Und ich bin gekommen, um die Froschmenschen aus dieser Stadt zu werfen. Können die echten Menschen mir dabei zur Seite stehen? Oder seid ihr genauso heruntergekommen und korrupt wie der Rest dieser Stadt? Du bist runtergekommen. Nein. Äh, wir gehorchen den Gesetzen nach Astula. Froschmenschen böse. Seid ihr die, die, äh, geschlachtet haben Neraida? Neraida? Die Frau, die uns angegriffen hat. Äh, Drogenschmuckner. Was du nicht sagst. Seid ihr die? Ja, wir haben gekämpft. Ist sie tot? Einige. Nicht alle. Neraida? Drogenschmuckner schüttelt den Kopf. Äh, und du bist jetzt, äh, Boss von dieser Stadt, ja? Sieht so aus. weiblicher Harani. Merkwürdig. Ich werde euch nie verstehen. Willst du verhandeln mit Harasami? Das will ich. Ich hole ihn. Lasst mich los. Flamin nickt und meint dann zu Rafim. Nun, das war zumindest nicht so entmutigend wie alle anderen, die wir bisher hier getroffen haben. Wer ist das? Ein Fekiner, wie es scheint. Was sucht er hier? Er will seinen Haran so rufen. Sie hassen die Froschmönschen, aber ich habe nicht den Eindruck, dass sie gegen sie vorgehen. Nö, und was sollen wir mit ihm machen? Hm, vielleicht können wir seinen Haran auf unsere Seite bringen. Vorausgesetzt, er gehört nicht auch zu denen, die wir bekämpfen müssen. Du, Fekiner, wie viel seid ihr? Äh, zwei Hand. Hm. Wenige. Drei Hände Krieger oder eure ganze Sippe? Äh, Sippe. Alles klar. Eure Pferde in der Stadt? Ähm, hier nichts Pferde, ähm, Ziegen und äh, ich hole, ich hole den Haran. Ich nicht reden mit Frauen. Hulamin sieht ein wenig mitleidig aus. Auf eine herablassende Art. Ja, sollen wir den Bastard jetzt loslassen oder nicht? Ja, lass ihn laufen. Äh, schmeiß den Bastard vor den Tempel, er soll sein was auch immer holen. Ja, Conan richtet ihn auf und trägt ihn so nach draußen, bis er ihn dann brutal mit, äh, wahrscheinlich einem Arm, der ausgekugelt wird vor den Tempel tritt. Ja, man muss ja auch für ein bisschen Respekt sorgen. Ja, wo wir gerade von Respekt reden, da draußen warten noch. Ich hab mal zählen lassen, 22 Männer und Frauen darauf, dass man ihnen Respekt beibringt. Ich denke, das besprechen wir, wenn wir im Palast sind. Zumindest, wenn sich dort nicht sofort wieder neue Probleme auftun. Ja, deswegen frage ich, weil vielleicht ist euer Palast nämlich besetzt und dann werden 22 Gefangenen ziemlich das Glotz am Bein. Lass uns nach draußen gehen. Die Götter sind wahrlich fern an diesem Ort und, äh, Zulamin würde dann wieder vor das Portal des Tempels treten und fragt an jemanden, der draußen geblieben ist, sind Yalan und Diamantes schon zurück? Äh, nicht gesehen, Visierer. Hm, das gefällt mir nicht. Ich sehe mal Fragen Trafim an. Wir sollten sie nicht schon wieder allein lassen, wenn sie jetzt nicht da sind. Ah, wieso sind die nicht einfach mitgekommen? Naja, wo sind die denn? Sind die einfach da geblieben, oder was? Wie sieht's aus? Na, Idiot. Ja, wie sie gerade zurückmarschieren, oder zum Palast, wo wollt ihr hin? Lass uns die Gefangenen zum Palast bringen. Männer, vor mir an, wir gehen zum Palast. Das blaue Ding? Das blaue Ding? Ja. Okay, los geht's. Derweil in den Gassen und Straßen neben den vielen, vielen Toten, die aufgebahrt dort liegen, oder immer noch auf ihren Häuserdächern, wo sie gestorben sind, nachdem ein gewaltiges Axt, ein Mordinstrument der Treuzer sie getroffen hat und zu Boden geschickt hat. Diamantes und Yalan stehen dort in den Nebeln, in den Gassen und irgendwann könnt ihr hören, wie schlurfende Geräusche auf euch zukommen. Das Richtung Süden. Wann wird euch bereit? Hier kommen sie, denke ich. Aufwärts mal. Die Alternative wäre wohl, dass es noch ein Überfall ist. Ich bin bereit, auch sollte es ein Überfall sein. In dieser Stadt kann man alles erwarten. Ist das Ding da geladen? Seitdem wir in der Stadt sind. Überragend. Wir wollen natürlich kein unnötiges Gefecht anfangen, weil dann schon bedingt, dass wir zu zweit sind. Hoffentlich mit dieser Metzgerin kann man reden. Mehr als einmal schießen werde ich nicht können. Die Nachladezeit braucht aber viel zu lange. Aber einen Gegner wird es auf jeden Fall mit sich nehmen. Nun hoffe ich, es ein gut zu Fuß. Yalan blickt über seine linke Schulter wieder über die Hauptstraße hinab, von der man, wie er meinte, eigentlich den Tempel sehen müsste. Aber irgendwie scheint doch nur eine Wegbiegung zu sein. Ich bitte noch mal den Kopf, konzentriert sich wieder auf das, was da kommt. Aus dem Nebel schreiten heran zehn, zwölf, fünfzehn Personen, allesamt mit Schürzen, ehemals weiß, mittlerweile nur noch braunfleckig und riesigen Hackebeilen, die sie dort tragen. 15 Personen und eine von ihnen ist besonders auffällig, denn sie ist unglaublich dick, körperlich stark und noch bevor sie auf zehn Schritt an euch heran ist, könnt ihr schon riechen, wie sie wohl Rauschkraut verströmt, wie es aus ihren Poren herausdringt der Geruch und wohl von allen anderen respektiert wird. Die Person weiblich kommt auf euch zu und ihr könnt dann auch wohl erkennen, wie neben ihr die Boten ist, die ihr losgeschickt hattet. Sie schneidet sich so ein bisschen mit ihrem Hackebeil über die wulstige Hand, auch wenn da nicht viel Blut fließt, aber scheint da wohl so ein bisschen ihre Gestalt, ihre finstere Gestalt in Position zu bringen. Stemmt ihre beiden Hände dann in die Hüften und nickt euch zu. Ja, seid gegrüßt. Ihr seid die Metzgerin? So werde ich genannt. Und ihr seid jetzt die neue Bande, ja? Die neue Bande, wenn ihr so wollt, ja. Und wir haben ein hervorragendes Angebot für euch. So, so. Ihr könnt anfangen. ruft sie dabei zu den Lehrlingen und du siehst, wie die Hackebeile in das Fleisch geschlagen wird. Warte, ich habe Gerechtigkeitswohnen. Ja, kannst gerne. Ich sollte dies proben. Diamantis schaut sich das Ganze, wenn er es verbergen will, sichtlich angewidert an. Ja, sorry, sorry. Wie da die Leute anfangen, die Leichen zu zerhacken und hält nur seine Flusswaffe, seine Abalone ein bisschen fester. Ja, dann sieht auch aus, als würde den gleichen Altshader platzen, von der Anstellung den Blick nach vorne auf die Metzgerin gerichtet zu lassen. Aber er scheint sie zumindest erst einmal machen zu lassen. Nun, ich hoffe ihr seid mit, sagen wir uns im kleinen Eintrittsgeschenk zufrieden. Wir haben ein Angebot für euch. Was würdet ihr davon halten, das größte aller Viecher zu schlachten? Den größten? Was meint ihr damit? Nun, euch ist sicherlich die große verkommene Krabbe draußen in der Bucht aufgefallen. Sie macht eine Geste, als ob sie sich da bekreuzigt oder ein Boronsrad schlägt, nur ist es deutlich komplexer und du vermutest auf einen halben Blick wohl eher nicht pferdische Symbole in ihrer Geste. Den Janker. Wenn ihr so wollt, den Janker. Ihr müsst ihn natürlich nicht umbringen. Ihr müsst uns nur sagen wir ein wenig dabei helfen. Und wenn die Sache getan ist, hilft ihr ihn schlachten. Ihr seid wirklich irre. Meine Botin hatte schon gesagt, dass ihr uns das Fleisch verkaufen wollt. Aber naja, ihr seid zu zweit. Warum sollten wir euch das jetzt noch abkaufen? Und jetzt wollt ihr auch noch den Janker schlachten? Ja. Dann passt ihr wahrlich hierher. Diese Stand ist nur für Ehre. Möglicherweise. Seid ihr mit uns oder nicht? Ich habe einige Lehrlinge, einige Gesellen, aber damit können wir wohl nicht dienen. Was habt ihr? Verkinas? Auch ein paar helfende Hände und natürlich den immerwährenden Segen der unsterblichen Götter. Aber halten wir es nicht an solchen Kleinigkeiten auf. Reden wir darüber, wie ihr uns helfen könnt. Also ihr könnt uns helfen, wenn ihr eure Verkinas nehmt und mit so vielen wie möglich drauf geht. Ihr könnt auch noch mal gegen der Reina kämpfen oder gegen Olem oder gegen Stierbjorn. Sie sollen alle sterben. Seid ihr alle hier? Ich zähle 15. Sie guckt dich an misstrauisch und sagt dann vielleicht jetzt sind wir auch noch mehr. Nun ja habt ihr eine ganz schöne Menge Leichen und ich denke ihr wurdet auch über die Menge in Kenntnis gesetzt. Also werdet ihr wohl mit möglichst vielen hierher gekommen. Was würdest du jetzt sagen? Ist das ein Hinterhalt? Sie schaut sich misstrauisch um. Aber bitte doch. Wäre das ein Hinterhalt wird er schon längst zugeschnappt. Wir sind zur Verhandlung hier wie euch mitgeteilt wurde. Sie greift sich ein bisschen an den Kopf und kreißt sich so ein paar Haare aus. Ich weiß nicht. Wir uns ist gut daran gelegen wenn ihr so viele wie möglich von den anderen Banden schnappt und sie in den Tod laufen lasst. Aber wir können euch nicht helfen. Wir sind zu weniger. Aber bitte wir verlangen doch wahrhaftlich nicht viel von euch. Wir wollen nur ein paar Dinge wissen. Vielleicht ein zwei helfende Hände. Ihr kennt euch hier schließlich aus. Das können wir machen. Aber wir kämpfen nicht gegen den Jack natürlich nicht. Das würde doch von euch aufrichtigen Handwerker niemand erwarten. Während das schmatzen von abgetrennten Gliedmaßen. Schließlich erscheint es in unser aller Interesse zu sein. Nicht wahr? Schon. Nun was haltet ihr davon? Ihr lasst eure Männer hier arbeiten. Wir gehen zusammen zum Palast. Ich stelle euch der neuen Visier vor. sorgen dafür dass das alles glatt läuft. Wir unterhalten uns ein wenig freundlich und höflich. Gibt schon wieder eine neue Visier noch schicken. Nun solange es wie gesagt wahnsinnige gibt die sich der Sache annehmen wird es immer wieder eine geben. Okay okay wir transportieren das fleisch ab und machen einige eintropfe und dann wenn die Kessel kochen dann kommt wir zu euch natürlich doch ich verlasse mich auf euch die Visier wäre sehr verstimmt wenn ihr euch nicht an eurer Abmachung haltet ich hoffe das ist kein Hinterhalt aber bitte schließlich Ehren Leute ladet die Karren auf wir gehen wieder so schnell wie möglich und es kommt wir verziehen uns besser hier bevor es noch härter zur Sache geht ja das sollten wir meint wir wirklich das ist eine Unterstützung auf die wir bauen können ich vor allem meines dass die zu 15 sind wir zu zweit und ich nur eine hand habe und wenn ich nicht täusche ihr nicht fechten könnt nein nächstes also der beste handel den wir bekommen werden es leider nehmen möchtet jetzt gehen vermutlich gerade von dem platz runter sind irgendwie so 20 30 schritt vielleicht eher so 10 bis 20 von den entfernt er möchte euch jetzt noch drehen anfang zu schießen um einen von ihnen zu töten also das was sie hier machen ist mehr als götterlästerlich aber welchen Vorteil hätten wir davon ich mag wie ihr denkt sollten wir nehmen das wir kriegen können und uns darauf verlassen dass die frau am palast auftaucht und wir Informationen herausquetschen können diese schmuggler scheinen nicht verhandlungsbereit zu sein das haben wir gesehen haben uns direkt angegriffen wir aus der sichtwarte sind lineal an sich eine minute lang wie an hausecke mit tief durch sicher ob er sich währenddessen versucht zu orientieren aus dem nebel ein hund mit drei bein heran hinkt und anfängt an in ein stiefel zu beißen fort mit dir und gibt dem köter einen tritt sagt dann mehr oder minder setzt sich da lang und marschiert Richtung tempel plant und ihr seid euch sicher dass es hier Richtung tempel geht nein gut dann müssen wir uns wieder auf die Stadt fertig machen sie könnte uns alles entgegenwerfen das gleißende licht des empires erleuchtet dem rechtschaffenden weg früher oder später ich sehe hier nur nebel und keinen weg wartet er wird sich offenbaren ein dunkles bauchgefühl will euch eher in Richtung Norden ziehen wo auch immer Norden ist aber wohl rauf in Richtung des Wassers aber ihr folgt den Gassen den Straßen ohne zu wissen wo wir wirklich lang geht in der Hauptstraße gibt es hier nicht richtig immer mal wieder Winkel die hier nicht hinzupassen scheinen kurz habt ihr das Gefühl dass auch wenn ihr euch nicht umgedreht habt wieder in Richtung nach draußen marschiert an der Brücke vorbei beziehungsweise auf die Wachtürme aber dann nach wenigen Metern mehr die der Nebel euch dann entgegen schickt steht ihr vor den Trollsackern und dem blauen Palast seht ihr das Licht des Herrn Paul das muss man nur manchmal richtig deuten denn es scheint es den seltsamsten Winkeln als so wir haben euch sagen wir eine etwas so geneigtere Stimme in der Stadt besorgt die sogenannte Metzgerin wird bald hier sein und mit euch mit uns wie auch immer zu verhandeln Macht euch auf was gefasst Ja Lan wir können das nicht tolerieren ich dachte ich wäre deutlich gewesen in dieser Sache Was hätte ich tun sollen? In dieser Situation waren wir auf jeden Fall unterlegen Wenn ihr sie hoch Wenn diese Stadt wieder befriedet werden soll dann wird das so auf jeden Fall nicht weitergehen können aber das Problem das wir momentan vor uns haben ist der Malma Wenn ihr sie hochnehmen wollt könnt ihr dies dann immer noch tun bitte sehr ich helfe euch nach allen Kräften dabei aber jetzt gerade sieht es so aus als könnte sie uns viel über die Stadt erzählen und vielleicht ein oder zwei Ortskundige Führer an die Seite stellen Ich weiß nicht wie es euch geht aber ich finde mich nicht zurecht Ja, Lan Rats Ulamin Wir Wirsieger Nicht wahr Das ist ihre Stadt Und wenn sie sagt wir machen sowas nicht dann machen wir sowas nicht Warum seid ihr zurückgeblieben? Wir haben noch Kornach gesucht äh nicht nach Verzeihten äh nach den nach den Trauzack angesucht Ihr erinnert euch? Und habt ihr die Gewinn? Einen Wo ist die Hälfte von einem? In dieser Stadt ist es schwer überhaupt etwas zu finden Und ist es da besonders klug sich aufzuspalten? Ich glaube nicht Und ist es klug in einer solchen Situation mit irgendwelchen windigen fremden Geschäften einzufädeln obwohl die Vizera Nein gesagt hat Ich glaube nicht Ja, Lan du musst anfangen nachzudenken nicht nachzudenken Ich glaube nicht nachzudenken Ich glaube nicht nachzudenken Ich glaube nicht nachzudenken